Als Open Educational Resources werden Inhalte bezeichnet, die unter einer freien Lizenz stehen und die deshalb im Bildungszusammenhang einen sehr freien Umgang damit ermöglichen. Inhalte unter einer freien Lizenz können verändert werden, können veröffentlicht werden und das ermöglicht im Schulalltag, aber auch in Universitäten, in Seminaren, dass etwas angepasst wird auf die jeweilige Konstellation in der Klasse, in dem Kurs, dass durch die Veröffentlichung von Inhalten das Lernen unterstützt werden kann, die Vermittlung von Inhalten unterstützt werden kann. All das ist sehr wünschenswert und die Digitalisierung bietet hier unglaublich viele neue Möglichkeiten, das zu nutzen. Bei gemeinfreien Werken, einem Text von Goethe, ist das alles ja ohnehin möglich. Urheberrechtlich geschützte Inhalte sind hingegen begrenzt auf das, was entweder die sehr eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten gesetzlich zulassen oder eben was die Rechteinhaber erlauben. Und bei freien Lizenzen ist es eben so, dass die Urheber hier diese freie Nutzbarkeit für den Bildungsbereich ermöglichen. Übrigens, dieses Gemälde von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein kann in diesem Video ohne urheberrechtliche Probleme gezeigt werden, weil das gemeinfrei ist. Das ist in der EU in der Regel dann der Fall, wenn das Todesjahr des Urhebers schon mindestens 70 Jahre her ist. Der Normalfall des Urheberrechts ist ja, dass Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten verboten ist, wenn das nicht ausdrücklich erlaubt ist, wenn nicht jedes Mal ausdrücklich eine Lizenz dafür vergeben wird. Und dieses jedes Mal erlauben entspricht oft gar nicht den Interessen der Urheber. Urheber wollen gar nicht jedes Mal gefragt werden, sondern sie wollen einmal festlegen und wollen dann, dass ihre Inhalte frei genutzt werden können. Sie wollen das einmal für alle Zeiten erlauben. Und das Mittel für Urheber, um eine solche freie Nutzung ihrer Materialien zu erlauben, sind Standardlizenzen, sind freie Lizenzen, die Urheber nutzen können. Auch ohne besondere Rechtskenntnisse können sie mit solchen Lizenzen eben die freie Verwendbarkeit ihrer Inhalte ermöglichen. Es gibt viele solcher freien Lizenzen. Vor 20, 25 Jahren, als sich mit der Digitalisierung auch die Möglichkeiten der Nutzung von Inhalten immer mehr vervielfachten, wurden viele Lizenzen entwickelt, die eine freiere Nutzung ermöglichen sollten. Aber es hat sich inzwischen auch international Creative Commons hier als ein Standard etabliert. So empfiehlt beispielsweise die OER-Strategie des Bundes Creative Commons, aber auch die großen Forschungsverbünde wie die DFG oder die Helmholtz-Gesellschaft und auch die UNESCO rät zu Creative Commons, wenn es um freie Lizenzen geht. Ein großer Vorteil sind die drei Layer bei Creative Commons. Zum einen werden die Lizenzen in einfacher Sprache und auch mit ganz einfach verständlichen Symbolen beschrieben, wo man entnehmen kann, wo jeder klar verstehen kann, was man mit diesen Inhalten darf und wo die Einschränkungen sind. Zum anderen werden dann diese Lizenzen in Rechtstexten festgeschrieben, in verbindlichen Lizenztexten von Juristen ausgearbeitet und auch von den Gerichten anerkannt und durchgefochten. Man kann sich auf die Rechtsverbindlichkeit verlassen. Und drittens werden diese frei lizenzierten Inhalte bei Creative Commons auch maschinenlesbar gekennzeichnet. Das ist wichtig, damit solche Inhalte eben auch im Netz leichter gefunden werden können. Die Creative Commons Lizenzen funktionieren nach einem Modulsystem. Das wichtigste erste Modul, was auch allen Lizenzen gemeinsam ist, ist, dass der Name des Urhebers und auch die Lizenz genannt werden muss. Es gibt dann noch ein weiteres Modul, dass auch Bearbeitungen von frei lizenzierten Inhalten ebenfalls unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden müssen. Das ist die Share-Alike-Bedingung, also die Veröffentlichung von Bearbeitungen unter gleichen Bedingungen. Und nur diese beiden Module, also BEI und SA, gelten im engen Sinne als freie Lizenzen. Es gibt aber auch weitere Module, weitere Bedingungen für die Nutzung, beispielsweise die Einschränkung auf die nicht kommerzielle Nutzung oder auch das Verbot der Veröffentlichung von Bearbeitungen. Diese letztgenannten Module gelten jedoch als nicht vereinbar mit Open Educational Resources. Das Verbot kommerzieller Nutzung trifft auch viele kommerzielle Bildungsanbieter und führt zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten. Und was die Veröffentlichung von Bearbeitungen angeht, so ist ja gerade die Bearbeitung, die Anpassung von Materialien auf eine konkrete Bildungssituation eines der großen Vorteile von freien Bildungsmaterialien. Und deshalb gibt es die klare Empfehlung, dass man Lizenzen nutzt, die das auch erlauben. Freie Inhalte sind weit verbreitet. Die Wikipedia steht komplett unter freier Lizenz. Wikimedia Commons Flickr. Viele Portale nutzen CC-Lizenzen. Über Google können Sie die Suche spezifisch so einstellen, dass Sie CC-lizenzierte Inhalte finden. Sie können auch besondere Angebote wie Wir-Lernen-Online oder Mundo nutzen, um OER für die Schule zu finden oder ÖRSI für die Hochschule. Nutzen Sie das. Nutzen Sie frei lizenzierte Inhalte. Aber stellen Sie auch Ihre eigenen Inhalte unter freier Lizenz und tragen Sie damit zu einer besseren Bildung bei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.